Seid ihr aus Berlin? Wir waren bei einer alten Freundin von mir zu Besuch, der ging's nicht so gut. Nila, magst du deine Brüche haben? Ja. Bitte schön. Aber nicht auf die Straße, ja? Ist sie krank gewesen? Wer? Entschuldigung, geht mir ja nichts an. Sie hat ihren Mann verlassen. Der hat sie geschlagen, ziemlich heftig. Wirklich? Ja. Das hat alles nach der Geburt von ihrem Kind angefangen. Er hat sich von heute auf morgen verändert. Und wenn sie irgendwas falsch gemacht hat, dann hat er sie dafür bestraft. Er war unberechenbar. Wieso ist er dann nicht einfach zur Polizei gegangen? Das hätte überhaupt nichts genutzt. Ja, was hat sie dann gemacht? Sie hat alles auf eine Karte gesetzt. Und jetzt will sie ein neues Leben anfangen. Mutige Frau. Sie denkt, dass sie ein Feigling ist. Wie lange sind Sie bei ihm geblieben? Viel zu lange. Vier Jahre, sieben Monate und sechs Tage. Ich würde dir gerne irgendwie helfen, wenn ich kann. Hat sie genug Geld für die Flucht? Das ist sehr nett von Ihnen. Mila! Hoopy. Wenn ich belebe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. blessings. Hast du dich gelate?